Moin zusammen, heute habe ich für euch folgendes Rätsel mitgebracht. Wir haben hier zwei Kreise gegeben, was sollen die bedeuten? Der grüne Kreis ist der Äquator mit der Länge 40.075 Kilometer und der schwarze Kreis soll ein Seil symbolisieren, was ein Meter länger ist als der Äquator und perfekt und gleichmäßig um den Äquator gelegt wird. Und die Frage ist jetzt, ob die Lücke, die hier zwischen dann entstehen würde, auf der ganzen Welt, wenn die gleichmäßig wäre, ob die so groß ist, dass überall auf der Welt unter diesem Seil eine Maus drunter her kann. Wichtig dabei, wir vereinfachen hier und nehmen an, dass der Äquator ein perfekter Kreis wäre. Ist er nicht, er ist leicht oval, aber trotzdem können wir das Ganze mal so annehmen und versuchen das Ganze mal auszurechnen. Probiert das gerne erst selber aus und schaut euch anschließend die Lösung an und vergleicht eure Lösung mit meiner. Viel Spaß! Fangen wir mal an, das Ganze auszurechnen. Wir wissen zum einen, der Umfang von diesem Kreis, also der Umfang des Äquators sozusagen, ist ja automatisch auch die Länge des Äquators. Wenn man das jetzt ausrollen würde, würde man so ein Seil bekommen oder so eine Gerade und das wäre die Länge des Äquators und die ist jetzt aufgerollt, genau der Umfang. Und der ist ja 40.075 Kilometer. Jetzt wissen wir, dass der Umfang von dem Kreis, der hier in schwarz gezeichnet ist, insgesamt ein Meter länger ist. Damit wir einen Meter ergänzen können, wäre es super, wenn wir das Ganze noch in Meter umrechnen, dann ist das Ganze ein bisschen einfacher. Das machen wir einfach, wir müssen nur mal 1000 rechnen. Das heißt, wir müssen drei Nullen ergänzen, aber nicht an dieser Stelle. So, drei Nullen ergänzen und haben das Ganze in Meter. Also 40.075.000 Meter ist der Umfang vom Äquator in Metern und wir wissen jetzt den Umfang von dem Seil, also US nenne ich das Ganze mal, ist 40.075.000 und ein Meter, weil das Seil ja insgesamt ein Meter länger ist. Jetzt wissen wir über den Umfang noch was weiteres, was zusätzlich ist, und zwar die Formel des Umfangs. Die habt ihr vielleicht in der Schule gelernt oder habt ihr so im Alltag schon mal gebraucht oder gehört. Der Umfang von dem Kreis errechnet sich aus 2 mal Pi mal R. Und das Schöne ist, dass wir 2 und Pi kennen, wir wissen den Umfang. Das Einzige, was wir nicht wissen, ist R. Und R ist in unserem Fall ganz wichtig, R ist nämlich der Radius. Der Radius gibt immer den Punkt von der Mitte eines Kreises an zum Rand, wie lang diese Strecke ist. Und die ist tatsächlich bei einem perfekten Kreis überall an jeder Stelle gleich lang. Beim Äquator sehen wir an dieser grünen Linie, dass der Radius bis hier geht. Bei dem schwarzen Kreis mit diesem einen Meter längeren Seil ist der Radius ein Stück länger. Und die Differenz dieser beiden Radien, das heißt, wenn man vom schwarzen den grünen abzieht, ist dieser blaue Punkt, den ich da eingezeichnet habe. Und das ist ja genau die Lücke, durch die die Maus später hindurch schlüpfen muss. Deshalb ist es wichtig, dass wir beide Radien wissen. Und wenn wir dann vom schwarzen Radius den grünen Radius abziehen, kriegen wir genau die Lücke und wissen dann, wie groß ist denn diese Lücke, durch die die Maus schlüpfen kann. Deshalb rechnen wir den Radius jetzt aus. Zuerst beim Äquator, wir können auch statt U Äquator schreiben, die Formel hier oben. Also 2 mal Pi mal R und ich mache hier ein kleines A noch hin, damit wir wissen, Radius Äquator ist gleich 40.000.000.000 Meter. Und jetzt wollen wir nur den Radius wissen und nicht 2 mal Pi mal den Radius. Das heißt, wir teilen dividiert durch 2 mal Pi und haben dann da stehen, Radius Äquator ist gleich 40.000.000.000.000 Meter. Dividiert durch als Bruch jetzt einfach 2 Pi. Man könnte das jetzt theoretisch schon in den Taschenrechner eintippen, machen wir aber nicht, damit wir nachher das Ganze möglichst genau haben. Nutzen wir das erstmal noch so als Bruch. Und als zweites haben wir für den Radius von dem Seil stehen 2 mal Pi mal Radius Seil ist gleich 40.000.000.000.000 und 1 Meter. Und wir teilen wieder, dividiert durch 2 Pi und kommen dann darauf, dass der Radius vom Seil gleich diese 40.075.000 und 1 Meter dividiert durch 2 Pi sind. Und jetzt wie gerade schon mal erwähnt, wenn wir jetzt die Länge der Lücke oder die Größe der Lücke wissen wollen, dann müssen wir einfach rechnen, also ich nenne die Lücke jetzt mal L, die Lücke ist gleich der lange Radius, also ERS minus den kürzeren Radius, also RA, der Radius vom Äquator und kommen dann darauf, wie groß die Lücke ist. Und das Schöne ist jetzt, weil wir das hier als Bruch haben, können wir einfach den ersten Bruch hier für ERS einsetzen minus den zweiten Bruch hier oben und das Ganze in den Taschenrechner eintippen und bekommen dann eine relativ genaue Lösung. Diese relativ genaue Lösung runden wir jetzt nochmal, weil wir sonst zu viele Nachkommastellen haben und kommen dann auf 0,16 Meter. 0,16 Meter ist wieder nicht so diese optimale Einheit, mit der wir rechnen können, deswegen rechnen wir das noch in Zentimeter um, dazu das Komma um zwei Stellen verschieben und landen dann bei 16 Zentimeter. Das bedeutet, wenn man den Äquator nur um einen Meter verlängern würde oder ein Seil nur einen Meter länger als den Äquator machen würde und das Ganze um den Äquator legen würde, hätte man an jeder Stelle 16 Zentimeter Platz und da kann locker eine Maus drunter her schlüpfen. Ich finde das ziemlich krass, dass man das um einen Meter verlängert und dann 16 Zentimeter Lücke an jeder Stelle entsteht. Hättet ihr das gedacht? Schreibt es gerne mal in die Kommentare und denkt immer daran, Mathe kann jeder, wir wollen es beweisen.